So, Hallihallo, da sind Sie wieder, hier ist Vegas. Heute sind wir mal im Central, Central World und gehen in das neue, relativ neue Gebäude, sehr modernes Gebäude. Lasst euch mal überraschen. Bis später. Ciao. Das andere Gebäude nennt sich übrigens Central Embassy bei ALA. Die hat ungefähr 300.000 verkachelte Chromverkleidungen außenrum und ein Einkaufsmall, ein Shoppingmall, sehr modern. Aber noch sind wir im Central World und da gibt es auch noch ein paar Sehenswürdigkeiten. Jawohl, hier, Canom-Area. Irgendwelche Desserts und, ja, Wein, Whisky, Liquor-Area. Ja. 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 Naarmale. Ja. Um? Ja. Wispunktmalle� Feldman. Wie man sich vor honestly es so establishment? аров, wir fichen, scar Site. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Was ist das Kacke? Kacke. Kacke? Im Lerau. Im Lerau. Breakfast in the up. I make a movie on YouTube. Tja, das Nachspeisen. Aber irgendwie ist alles zu viel. Und hier ist das Kacke. Aber hier ist das Kacke. Und hier ist das Kacke. Im Auch noch hier auf dem Weg zum Shopping Mall. Schöne Sache hier mit Karneval. Großartig gemacht. See you soon. So Leute. Also ich checke jetzt mal für heute hier aus vom Central World. Wir gehen mal wieder zurück ins Sentara Grand. Da würde ich sagen sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Aus meiner Reise durch Thailand. Bis dahin, euer Martin. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.